Markus! Olek! Olek! Alter, was ist das? Die Dinger, die Dinger müssen mal hinterm Schrank stehen. Ein Klebe, man. Ich weiß nicht, ich hab'n gekauft. Bei mir ist grad mal so'n Loch drin. Ich hab' schon seit 10 Jahren den Schrank. Das ist Rania! Rania! Was, was, was? Ventilator für Transit. Was ist das? Jetzt sind die Schranktür und beide gleich. Der Schrank ist fail! Hey, die stell' ich YouTube. Boah, ne, wie viel der Brimbel. Die stell' ich YouTube und ne, nicht der Schrank fail. Was ist das? Guck, ist schräg! Das geht wie eine Treppe! Kann es sein, dass du jetzt einzelne Schränke und dein Vater zusammen gemacht hat? Schau dir zu meinem Kopf weg! Soll ich dir helfen? Nein! Ich hab' in die Schrankung gesetzt. Das läuft uns los! Jetzt kriegt ihr schon Läuse? Ja, arbeiten! Da guckt die blauen Dinger! Geil auf Fernseher richtig klein! Ja, Alter, mein Hütti ist größer! Ja, wir haben ein Bett umgestellt! Guck mal, Maukus reißt Papete raus! Das sind die Papete! Das ist... Und das Schwanzgewickel, das Mumie! Das hatte bei wirklich... Das ist das so ein Gurke! Doch, das hatte Gurke beim Schwanz! Doch, bei Laptop, wo wir aufgenommen haben! Äh! 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 Sag' der Gurke beim Schwanz! Wir haben sich benutzt, um den Schrank zu kleben! Hast du damit den Schrank zusammengeklebt? Ja! Hast du damit den Schrank zusammengeklebt? Dann klebt man den mal wieder zusammen! So fest! Das geht nicht! Und... Und... Durch den Schrank fällt, wurde ein Fußball-Match! Ich lass nur, wie es ist! Bolleg, voll auf Kontrolle getrabt! Mhh! 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 Schau! Oh, du bist so... Hör auf! Oh, yeah! Oh, yeah! Hey... Kommentiert und abonniert, wenn Markus schwul ist! abonniert wenn markus schwul ich glaub dann schrank ich aus holz klebstoff und schock strahl elektro stinkt erst mal lüften wer denkt dass markus ein assi ist und schwul ich abonniere das mox best friend 2000 euro sieht man nicht mal bei den kleinen fernsehl was darf in einer luxus wille nicht fehlen p.o.o. was kommt da wohl hin was kommt p.o.o.l. und dann hohe wo weiß ich weiß wie der gleich hartkorn ja ein bisschen und da und da und stinke füße und da und da und Ich stehe mit meinem Fuß und schuhe den Sager. Wer, die stinken jetzt. Wer ist das schon davor? Ich stehe auf dich. Beste Zimmer forever. Alles weiß. Der Boden blau wie der Himmel. Die Mär. Beste Fernseher mit Pilz rein der Ecke im Staubis. Mit Receiver von... 90.100. D-Land von Fritzmark. Frisch aus Indika geklaut. Dann ist dafür sein Schrank. Schrank mit. Alles unten drin nur. Draußen. Alles voll los, außer beim Ocken. Und dann noch die Beste war für forever. Hey, da könntest du mal voll so ein Let's Play. Ding machen. Hey, da könntest du mal ein Let's Play, Black Ops, Ding machen. Dein Let's Play Schrank. Sniper Ding, äh, Real Life. Guck, warte, Real Life. Bei denen ist ein riesen Fernseher. Hey, Markus, das würde gehen. Nein. Doch, guck, wie das aussieht. Jetzt so. Scheiße. Boah, Markus, das geht verhentlich. Dein Penas ist schwarz. Guck mal, wie das aussieht. Hey, warte, tschule, Lapp. Real Life. Warte, Sniper gekauft. Und jetzt guck. Also, wie geil das aussieht. Gäbi ist zunächst. Auf sein Hausch zielen und wir zielen. Warte, warte, warte. Oh. Warte, warte. Oh. Und wir rennen. Jager kaufen. Vermögen. Hey, Markus, guck mal, wie das aussieht. Gell, das sieht aus, wie so ein Mensch. Geh, bei mir? Nicht dicken. Gell? Nein, du musst so machen. Gib mal. Nein, jetzt guck. Nein, jetzt guck mal. Gib mal kurz. Gib mal kurz. Markus, guck mal, du musst so machen. Jetzt guck mal, wie es aussieht. Warte, so. Und jetzt? Mokus, Mokus, Mokus. Wir snipern auf Nuketown. Nein, Spaß. Und wir zielen. Schlattern. Wir haben getroffen. Hey, das sieht doch wirklich aus, gell. Bisschen. Oh, wir kaufen uns jetzt Fernbedienung und machen damit Strom an. Der Strom ist an mit einer Pornoserie. Mokus, 6. Führen sich Sensor auf. Hast du irgendwas gedrückt? Cola, abschießen. Möte, ich habe getroffen. War mal fett, so ist es mal kalt. Warte, ein bisschen wenigstens. Sollen wir die Tür aufmachen oder nicht, Rudi? Mach den Ventilator an, dass frische Luft wird. Eifel! Guck mal, wie geil man das ist. Hey, Mokus, Mokus, mach den Ventilator an, dass die frische Luft wieder rausgeht. Hey, Mokus, sollen wir die Tür aufmachen, Runde 4? Nein, Runde 4 ist noch zu früh. Oder? Oder mach mal auf. Oh, zielen. Oh, schon gestorben. Rette mich. Ah, wie der Jugga-Kopf. Auf, du musst ihn spritzen. Genau. Game over. Neue Runde. Wir fangen von neu an. Transit. Mit Pistol. Ja, okay, wir... Nein, wir müssen nicht zu zweit machen, der Zombie. Und, ja, alter, bist du verrückt? Da kann man vielleicht Fuß abmachen, Fall, gell? Ja, das ist auch okay. Okay. Ein Zombie. Nicht zu, du Fisch. Kiste aufmachen. Nee, du kannst echt gut mit der Luft spielen. Tier aufmachen. Kiste, Schrank. Sniper. Sollen wir punchen oder nicht? Punchen wir. Alter, was ist denn das für ein Aufrotom? Kauf die Laufsprecher. Kauf die Lolli. Ich bin... Ich bin grad... Ich bin grad wie Fabi. Ja. Nichts gegen Fabian. Fabian. Ich finde den Fall ganz PS3. PSN. Hättest du wirklich so aus? Du, sexy Juli. Du, sexy Juli. Du, sexy, blöde... Markus, ist Semina? Nein. Was ist das? Nichts noch. Perns. Wie der Schmilch spielen will. Richtig. Richtig. Das war so ein bisschen auf. Ja, das war... Du hast ähnliches wie ein Messer genommen. Ja, die kannst du ähnliches aufräumen. Die hat's dreifelt. Wir haben... Wir haben Tür aufgemacht. Und die springen. Wir sind glattes Zimmer. Aber ich weiß noch. Wir gehen weiter. Da ist niemand. Du bist Zombie. Nein, du musst... Du musst doch schreien einfach. Kein Bock mehr, kein Bock mehr. Wir lassen uns verrecken. Sam-Tag. Geiles Handy. Zielen wir drauf. Ich hab mein Geil-Ferste zugucken. Quickscopen in Zeitlupe. Hey, Quickscopen in... Zeitlupe. Quickscopen ist ja nur einmal kurz anwesend. Alter, ja. Es wird alles. Boah, da unten ein Zombie. Da sieht man voll viel. Geht uns voll vor. Da ist Zombie. Nein, rette Herr Strom. Rette mich. Ich schalte Strom an. Oh, Licht. Wir sind schon, ob wir los sind. Ja, nee. Aber wir sind los. Und der letzte Kill. Alles Fehler, Fehler. Handy.